Ja, kurzes Willkommen zurück zu The Walking Dead Episode 4 und weiter geht's auch direkt. Im Höchstsprint würde ich jetzt nicht sagen, aber ohne Umschweife suchen wir jetzt die Batterie und Molly. Oh, was war das? Habt ihr das gesehen? Also ich hab's gesehen, diesen... Hier ist was durchgehuscht. Ziemlich schnell allerdings. Naja, irgendwer scheint uns ja hier schon zu beobachten. Hä? Achso. Ich dachte, das wäre der Schuppen. Aber hier ist ein Loch. Könnte man hochklettern. Machen wir auch. Und beherzter Sprung. Äh, hier ist das Tor. Ne, ich gucke nochmal hier. Was haben wir da noch? Aha. So ein paar Freunde, so ein paar Kollegen. Lass jemanden machen. Wir gehen jetzt. Versuchen zumindest. So. Jetzt ist natürlich die Frage. Wo ist Molly? Noch mal versuchen. Ui. Wo ist das denn? Kommt der denn her? Aha. Molly. Was machst du? Was hast du da gemacht? 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 Es ist schon tot. Ich denke, du kannst weg, wenn du dir das. Ich muss dich stehen. Mach mal. Ich geb es dir. Und nach dem. Du, Herr, was hast du da gemacht? Das war's. Und nach dem. Und nach dem. backen? B �. Ich habe mich предел. Das war's. Ich denke, du kannst hier wieder weg und lebst. Ein Wagengeber. Oh ja, das funktioniert. Ja, du dreh das Ding so schnell. Versuch das mal echt. Und der ist auch noch nicht ganz beet. Also komm, die können doch genauso da unterkriechen, oder nicht? Das war schwach. Schau um. Ich mache sicher, dass keine Stragler unter der Tür kommen. Ich kann sehen, wo die Batterie sein sollte. Aber es ist nicht. Perfekt. Und hier vielleicht? Den muss ich mir bestimmt erstmal runterholen. Da kommen wir ja so nicht an. Aber Hauptsache, er versucht es trotzdem. So komm, dann mache ich mal ab. Funktioniert nicht. Durchschneiden. Was zum Schneiden sollte sich doch hier irgendwo finden lassen. Okay, dann müssen wir da hinten mal rein gehen. Das ist schlecht. Ich will aber... Moment mal. Dann machen wir es anders. Sie hat doch hier... Ihr Kampfbeil dabei. Ja, brauche ich. Äh, dein Haken. Hast du das Haken von dir? Ich weiß nicht. Hilda und ich haben viel zusammengefasst. Hilda? Das ist, was ich sie kenne. Bitte, kann ich Hilda brennen? Ich nehme gut an sie. Sie wird nicht ein Schrappchen bekommen. Aus dem hatten wir Hilda doch schon mal. Aus dem hatten wir Hilda doch schon mal. Aus dem hatten wir Hilda doch schon mal. So, jetzt können wir sie... ... zacken. Ich habe es geschafft. Wow, wow! Ganz sachte und... Also... Ich verstehe nicht, warum sie nicht einfach den Wagen hier mal runter... ...fahren wieder. Dann passiert doch gar nichts. Batterie, Batterie, Batterie. Und... ... nimm ihn. In. Sie. Ja, aber wir haben noch ein Problem hier. Lass es in hier, ich werde es mitnehmen. Okay, folgern Sie. Okay, folgern Sie. Gehe deinen Schein! Gehe deinen Schein! Gehe deinen Schein! So, hoch da. Wie immer, auf den letzten Drücker. Skylight! Ja, dann... Schießen? Muss ich wahrscheinlich, ne? Gehe deinen Schein! Ja, scheiße. Jetzt ist es eh egal. Die helfende Hand. Ich dachte schon, sie hauert einfach ab. Aber diesmal nicht. Okay, so Now we're on the roof Do you ever stop complaining? Come on Come on, what are you chicken? Jump Alles klar, Spider-Man Ich weiß nicht, Hosen voll, ich kann nicht Ähm, Hosen voll? Hosen voll? Ah, das ist ansporn Ich glaube, ich habe gerade noch den Knopf gedrückt, den riecht rechtzeitig So, da sind wir auch schon wieder Mal sehen, ob die anderen genauso Erfolg hatten wie wir Wie, was, wo, was? Wo wird sie hin? Ja, ich denke, ich werde es halten Möchte, dass du nicht ohne mich verlassen Tschüss, dich wieder in der Klasse Molly! Verdammt, was zur Hölle macht sie? Ja, das möchte ich auch gerne mal wissen Gottverdammte Scheiße Ah, hier sind wir noch das Schließfach Steht die nicht da oben? Und die? Die stehen hier immer noch an der Tür, oder was? Wir hatten ja Erfolg Die sind ja tatsächlich noch nicht weit Naja, jeder wie er will, ne? So, was machen wir jetzt? Ah, erstmal wieder zurückgehen, oder was? Jo Ja, alles klar Kenny hat was geholt Komm, komm Ja, da ist schon ein scheiß Kopf zwischen Was soll ich machen? Ja, scheiße Was war denn das schon wieder? Was soll ich denn da machen? Befestige die Tür Okay Und rein damit Wird wohl nicht ewig halten, aber erstmal wohl schon Viele Tja So eine Stadt, ne? So eine Stadt hat halt ein paar Einwohner So eine Stadt hat halt ein paar Einwohner So eine Stadt hat halt ein paar Einwohner Let's get the hell back to the classroom Es ist eine Hand mit diesen Fuelcans Sie werden eine verdammt Tonnen Du bist zurück Ja Ja Und wir haben auch ziemlich gut gemacht Great Arbeit, Kenny Wie geht's mit der Tür? Nicht so gut. Hier, lass ich dir eine Hand geben. Hast du noch die Batterie bekommen? Ja, Molly hat sie. Sie sollte bald wieder hier sein. Sie sollte besser sein. Das war's erstmal wieder und bis zum nächsten Mal. Wir dürfen gespannt sein.